Ich bin's, die Bunny Bear. Ja, genau. Und ich gehe heute auf der Halloween-Party und deswegen dachte ich mir, ich werde jetzt dazu auch direkt das passende Tutorial zaubern und euch dann... Krankenwagen kommt auch schon. Würde ich euch einfach jetzt gerne zeigen, wie ihr das hier alles umsetzen könnt. Zeige ich euch genau jetzt. Ich fange an, nehme mir einen weißen Faschingstift und male mir damit willkürlich durchs Gesicht. Ich will damit jetzt gar nicht so einen richtigen Masken-Effekt erreichen, sondern will einfach nur so eine Blässe ins Gesicht zaubern. Dann nehme ich mir ein Schwämmchen und verwische, verteile, verbreite alles, sodass halt dieser Blässe-Effekt entsteht und ich so richtig schön todkrank aussehe. So, wenn ihr dann alles verteilt habt, seht ihr schön blass aus. Jetzt fange ich an, mir mit einem Rouge-Pinsel Rouge aufzutragen. Ja, um eigentlich die Blässe halt wegzumachen. Aber in dem Fall, da werdet ihr sehen, sieht's auch einfach cooler aus, weil auch ein Toter darf ja irgendwo nur wendig aussehen, ne? Jetzt nehme ich mir den Pinsel, den weichen Puschelpinsel, der ist vorne ziemlich weich und nehme dieses Schwarz, schön tiefschwarz, um das dann praktisch direkt auf meinem Auge, um meinem Auge, unter meinem Auge, überall einfach, was das Auge umgibt, aufzutragen. Darf es sich aber bitte nicht weiter als drei Zentimeter vom Auge, der Radius darf nicht weiter als drei Zentimeter sein, bitte. Also jetzt nicht runter, unter dem Warnknochen und so, sondern wirklich direkt ums Auge. Jetzt nehme ich mir ein bisschen von dem Weiß, trage das unter meinen Augenbrauen auf, weil das dann die Augenbrauen einfach nochmal so ein bisschen abhebt. Werde aber trotzdem da später nochmal verblenden. Das Weiß soll man da jetzt nicht unbedingt direkt sehen. Jetzt mit dem schwarzen Faschingsstift. Ich male jetzt mit dem schwarzen alles super aus auf meinem Lid praktisch. Ich möchte, dass es richtig tiefschwarz auf meinem Lid ist und auch drunter, damit es nach außen hin wirklich immer heller wird und sich das Schwarz dann so verliert. So sieht das Auge praktisch aus wie ein so ein Loch. Ihr seht es direkt auf dem Lid. Richtig, richtig tief, tief schwarz. Ja, und da dürft ihr auch ruhig rumklehen. Nicht wie man sonst aufpassen muss, wenn man sich Smoky Eyes malt, sondern da kann man wirklich schön rumklehen. Und nach außen hin soll es dann ja auch so verschmiert, wie jetzt praktisch da verblendet, eher gesagt, aussehen. Jetzt nehmt ihr euch einen Kajal und malt da Spinnenbeine raus. Ich fand die Idee ganz cool. Also für mich sind das jetzt Spinnenbeine. Oh, das sieht doch richtig cool aus, oder? Auf der anderen Seite macht ihr natürlich dasselbe, beziehungsweise das Gleiche. Wichtig ist, dass der Kajal gut angespitzt ist und ihr damit dann gut zeichnen könnt. Also wenn der zu stumpf ist, dann kann man nicht so gut malen. Jetzt male ich mir auch mit dem Kajal, ihr seht, man braucht gar nicht viel, mit so einem Kajal kann man echt viel machen, die Augenbrauen nach, damit das Ganze praktisch auch nochmal besser definiert wird und somit dem Blick mehr Ausdruck verschafft wird. Dann nehme ich nochmal meinen Faschingsstift und male mir nochmal so ein bisschen die Konturen nach. Tatsächlich, guckt euch das an. Mensch, wir kennen uns gut. Ja, also ich verblende dann noch einmal mit dem Puschelpinsel und somit verschaffe ich dem Ganzen nochmal eine Verblendung. Tada, guckt es euch an. Riecht ihr Spinnenbeine aus den Augen. Also hier nochmal ein bisschen definieren, dann ist das Ganze auch nochmal ein bisschen effektiver. Ich bleibe beim Kajal, wie ihr seht, und male mir jetzt die Lippen aus. Da braucht man nicht unbedingt einen schwarzen Lippenstift, da kann man auch, wenn man nichts anderes hat, einfach mal den Kajal nehmen. Jetzt nehme ich halt nochmal doch den schwarzen Faschingsstift dazu und male dann praktisch die Lippen nochmal innen aus, weil das mit dem schneller geht als jetzt mit dem Kajal. Und dann habt ihr schöne schwarze Lippen. Also ihr könntet das praktisch ja auch schon so direkt lassen, aber jetzt nochmal als Special-Effekt ist richtig, richtig cool, wenn ihr da nochmal so einen Strich aus dem Mundwinkel rausmalt und dann einfach nochmal so ein paar Striche da senkrecht durch mit einem leichten Bogen, damit das Ganze auch schön im 3D-Effekt und echt aussieht. Und sieht das aus, als hätte euch da der Doktor genäht. Nehme mir diesen Lippenpinsel, gehe in roten Lippglas oder Lippenstift, je nachdem, was ihr gerade da habt, und male mir so ein bisschen die Lücken aus, damit da so ein bisschen Rot reinkommt praktisch. Dann sieht das aus, als wenn die Wunde so ein bisschen aufgegangen ist. Und dann male ich mir da jetzt so eine Art Blutstropfen in Schlängellinien leicht gezickzackt runter, dass es aussieht, als wenn die Wunde halt, wie gesagt, aufgegangen ist und das Blut jetzt läuft. Aber seht es euch an, da bin ich. Jetzt male ich nochmal ein bisschen mit so einem schwarzen Lidschatten einmal nochmal in das Rot hinein, damit das Ganze nochmal dunkler und echter aussieht. Aber stopp, ich hab da noch was. Und zwar eine Kette, eine coole Spinnenkette, passend zu meinen Spinnaugen. So, und schon ist die Kette drum. Und ihr habt echt ein richtig, richtig geiles Outfit. Jetzt haben wir hier Nägel, die richtig schön lang sind und die ich jetzt einfach mal direkt draufklebe, draufmache. Das ist ganz einfach gemacht, da braucht man nicht mal einen Kleber für, die kleben von allein. Aber solltet ihr abends weggehen, würde ich dann trotzdem nochmal einen Kleber drauf machen. Ich hoffe, ihr konntet mir gut folgen und ich konnte euch einige Tipps geben. Ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Ich würde sagen, einfach machen, gar nicht lange überlegen. Wenn es euch gefällt, nachmachen. Hier habe ich noch so eine coole Korsage an mit einem Samtkleid und einem schönen Puschelschal. Diesen Puschelschal habe ich mir jetzt nachträglich nochmal umgehangen, weil ich den total wichtig finde und auch cool finde. Ja, hier bin ich nochmal. Ihr seht, ich habe jetzt nochmal hier eine andere Variation zu präsentieren. Da trage ich jetzt eine weiße Perücke, einen weißen Bob. Ja, den kann man auch überall eigentlich bestellen und kaufen. Und ich dachte mir, es ist vielleicht nochmal so ein kleiner, ja, eine kleine Special-Hilfe, da ja der Bienenkorb doch ein bisschen kompliziert ist. Ja, und falls ihr euch das dann einfacher machen wollt, dann vielleicht einfach zu so einem Bob greifen. So, dieses Make-up passt überall zu. Viel Spaß dabei und ab zum Halloween. Eure Buddy. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.